Ja, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video, mal wieder pünktlich um 14 Uhr. Egal wo ihr seid, schnallt euch jetzt erstmal an. Denn heute gibt es wieder paar goofy Memes, die ich gefunden habe, während ich auf der Toilette saß. Und bleibt unbedingt bis zum Ende. Vertraut mir, es wird sich lohnen. Denn hier gibt es heute alles von absolut kranken Spielen mit den Jungs bis hin zu gottlosen Aktionen. Ja, reden wir nicht lange um den heißen Brei herum und starten auch direkt rein. Oh na, das kann ich gut enden. Die Wassermelone ist kurz davor zu explodieren wie eine Atombombe und der chillt da einfach ein Meter davor in aller Ruhe. Ach du Scheiße, geht's dem gut? Lebt er noch? Kleiner Disclaimer, natürlich geht's ihm gut. Dieses Experiment war nur für Bildungszwecke und Aufklärung gedacht. Die Wassermelone hatte persönliches Problem mit dem Bruder. Die hatte gar keinen Bock für sowas genutzt zu werden. Alle ihre Brüder und Schwestern sind schön, so wie es sein soll, auf einem nicen Früchteteller gelandet. Und sie muss so eine Kacke durchmachen. Wassermelone 1 Typ 0 Dings, mein Opa wollte letztens unbedingt zeigen, dass er auch was trinken kann, wenn er die Pressluftmaschine in der Hand hält. Naja, das will ich jetzt mal sehen. Yo, hat nicht geklappt, wie ich sehe. Komplett reingekackt und am Ende noch schön die Flasche weggehauen. So, ach komm, weg mit dem Dreck hier. Aber was ging eigentlich jetzt genau in den letzten paar Sekunden ab? Wow, 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 das ist mir ein bisschen zu sass, was macht der da? Ich glaube, er hat das auch direkt gecheckt, wohin das führt, deswegen hat er auch sofort abgebrochen. Puh, saved. Nochmal Glück gehabt. Wie eigentlich schon jeder wissen sollte, sind die Schultoiletten der Ort, an dem die schlimmsten und weirdesten Dinge passieren. Und ich kann wirklich die Leute verstehen, die sich so denken, na, ich halte jetzt einfach noch ein paar Stunden aus und gehe dann einfach zu Hause auf Klo. So, weil man läuft immer auf die Gefahr hinaus, dass dort, ganz zufällig heute, genau in dem Moment, wo du aufs Klo willst, ein kleiner Butschi eine Bombe versteckt haben könnte oder so. Oder so jemand wie der hier im Nebenraum ist. Karma Schelle vom Feinsten. Das ging so hier, pass auf, hört ihr? Boom. Wieso versucht er auch eine Dose runterzuspülen? Äh, der Loser hat sich einfach selber nass gemacht mit diesem ekelhaften Toilettenwasser. Bah! Das ist die Demütigung schlechthin. Du kannst dich doch danach nicht einfach wieder in die Klasse setzen, nachdem das passiert ist. Stell dir vor, du begegnest dein Crush so auf dem Weg wieder zurück, so richtig ekelhaft durchnässt und du stinkst nach Sch***e. Bah! Aber verdient. Er hat wirklich jeden einzelnen Tropfen Wasser davon verdient. Okay, wer beim nächsten Clip lacht, ist gottlos. Also wirklich gottlos. This is damage to the front end of your car, which hit his car in the rear. Oh mein Gott. Ich hab auf jeden Fall nicht gelacht, weil das war echt ekelhaft. Wieso macht sie das? Sie hat kurz ihre inneren Gedanken gewinnen lassen. Ich muss das nochmal sehen. Which hit his car in the rear. Alter, Alter, die ist doch Anwalt oder nicht? Wie kommt sie darauf, sowas zu machen? Oh mein Gott, Bro. Hell no, man. Na, das ist wirklich ehrenlos. Aber auch bisschen witzig. So ein ganz klein bisschen witzig. Naja, ich hab ja zum Glück nicht gelacht. Aber ich weiß, ein paar von euch haben safe gelacht. Erstens, ekelhaft. Ihr solltet euch schämen. Und zweitens, wisst ihr, was passiert mit denen, die über sowas lachen? Für die gibt es nur eine gerechte Strafe. Und zwar, die rotierende Scheibe der verdammten Verdammnis mit Wasserballons abschmeißen. Den Namen hab ich mir grad selber ausgedacht. Wie findet ihr? Wer auch immer auf diese Idee kam, ist wirklich ein Teufel. Direkt Volltreffer beim ersten Wurf. Oh, shit. Leider endet das Video hier. Aber, ähm, ja. Ja, was soll ich dazu noch sagen? Der konnte gleich noch ein bisschen Gras und Boden küssen, nachdem er die Wasserbomben abbekommen hat. Geiles Spiel. Ich werd mir sowas abspeichern und irgendwann mal mit den Homies machen. Ich bete zu Gott, dass ich nicht dort in der Mitte lande. Okay, ich merke schon, das Video driftet gerade in die ehrenlose und gottlose Richtung ab. Deswegen machen wir auch direkt einfach so weiter. Und zwar zerschneidet hier jemand einfach die Kopfhörer von fremden Leuten. Wie ehrenlos ist das denn? Stellt euch vor, ihr chillt irgendwo im Park und packt euch gerade den übelsten Banger auf die Ohren und seid so richtig am fühlen. Und dann kommt so ein Randy zu euch und zerschneidet eure Kopfhörer. Bro, ich werd ausrasten, so richtig aggressiv werden und auf ihn losgehen mit so Wrestling-Tricks. Einzige richtige Aktion. Applaus. Okay, korrekte Wendung, aber ich fände es viel geiler als Zuschauer, wenn das mäßig so ablaufen würde. Genau das wäre richtig Lachkick. Aber damit sammelt man safe Jahrzehnte, die man in der Hölle verbringen muss. Würde sich lohnen für die Reaktionen dann. Oha, 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 der bekommt gleich aufs Maul von ihr. Die sollten das mal nicht bei Frauen machen, sondern bei so einem Typen. God damn, ich will nicht wissen, wie das dann ausgeht. We surprised her at the end, but camera died? Ah, niemals. Niemals haben die ihr noch AirPods geschenkt oder so. Das ist die billigste Ausrede. Die Jungs wollten einfach nur ein virales Video machen, aber kein Geld ausgeben für neue AirPods. Also sagen sie einfach für das YouTube-Video so, ja, die Kamera, die ist ganz zufällig ausgegangen. Ja, 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 boah. Also wenn das wirklich so abgelaufen ist, dann ist das wirklich das ekelhafteste, was ich heute gesehen habe. Ach du Sch**se. Mann, ist das ehrenlos. Und wisst ihr, was eigentlich genauso ehrenlos ist? 50% von allen Zuschauern, die die Videos sehen haben, nicht abonniert? Ähm, ja, okay, gut. Ist eure Entscheidung, ne? Selbst schuld, wenn ihr euch zu fein seid, zu abonnieren. Als kleines Beispiel, das hier war Felix, bevor er abonniert hat. Und das war Felix zwei Tage, nachdem er abonniert hat. Aber, naja, müsst ihr wissen, ob ihr jetzt abonniert oder nicht. Neulich auf dem Lucio 101 Konzert ging das hier ab. Oh no. Ganzes Konzert zerstört. Bro, gibt's hier zufällig einen Priester auf dem Konzert, der mal kurz einen Exorzismus durchführen kann bei ihr? Weil das klingt echt nicht gesund. Ich mach mir wirklich Gedanken. Würde ich auch nur in der Nähe von ihr stehen? Ich glaub, ich würd nach zwei Songs nach Hause gehen. Sch** auf das Konzert. Kein Bock, sowas gibt sich doch niemand freiwillig. Diese Leute sollten Konzertverbot bekommen. Wieso kann sie nicht einfach das Konzert genießen, wie ein normaler Mensch? Ach, naja, wie auch immer. Kennt ihr diese Streetart-Leute, die so Menschen zeichnen auf eine coole und lustige Art und Weise? Ich kann euch so viel sagen. Die im nächsten Video hat's echt mies erwischt. Ach, du Scheiße! Das ist keine Kunst mehr. Das ist ein persönlicher Angriff. Stell dir vor, du willst so ein süßes Bild mit deinem Freund gemalt bekommen. Du sitzt da so halbe Stunde und du denkst dir so, oh mein Gott, das wird das schönste Bild. Das wird so süß, so romantisch aussehen. Und der nimmt dich einfach so richtig auseinander und zerstört dein komplettes Selbstbewusstsein. Ja, der Typ geht noch fit. Oh Mann, dieses Lachen ist so gezwungen. Die Arme wusste nicht, wie sie reagieren soll und musste wirklich mit aller Kraft ihre Tränen zurückhalten. Sie wird sich auch nie wieder davon erholen. F. Dickes F in die Kommentare für sie. Und hier noch ein kleiner Tipp für den Alltag. Wenn ihr ganz zufällig, jetzt vor allem zu der Weihnachtszeit, draußen auf der Straße so ein Chor seht, die schön am Singen sind, gebt denen nicht einfach nur dieses 1-Euro-Stück in den Hut als Spende, sondern zeigt euch dankbar für die gute Vorstellung. Zum Beispiel so. Einfach so f***ing random, ey. Was ist das hier schon wieder? Naja Freunde, wenn ihr nicht wollt, dass jemand eure Kopfhörer zerschneidet, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder. Ciao, ciao.